Dürfen getestete Kunden bald nicht mehr im Supermarkt einkaufen? In Niedersachsen und Hessen dürfen Märkte nun selber entscheiden, ob sie die 2G- oder 3G-Regel anwenden. In 2G-Märkten könnten Kunden dann ohne Maske und Abstand einkaufen. Der Handelsverband Deutschland würde diese Option gerne auf ganz Deutschland ausweiten. Die großen Discounter und Lebensmittelhändler haben sich hierzu nun klar positioniert. Um die Grundversorgung der Bevölkerung zu ermöglichen, soll die 3G-Regel beibehalten werden. Der Discounter Netto hat sich besonders für das umfassende und bewährte Hygienekonzept ausgesprochen. Das ist für uns keine Option, da wir allen Menschen den Einkauf in unseren Nettofilialen ermöglichen wollen, so eine Netto-Sprecherin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.